Was mich zum beliebtesten Eistee Deutschlands macht, ich zeig's dir! Die Reise beginnt in der unberührten Natur, duftender Teelandschaften. In mir stecken nur die zartesten Blätter und Knospen. Handgepflückt versteht sich. Damit sich mein vollmundiges Teearoma komplett entfalten kann, wird gerollt, fermentiert, getrocknet und danach bei Pfanner schonend aufgebrüht. Ein Schuss Pfirsichsaft darf zur Abrundung nicht fehlen. Ein langer Weg, ich weiß. Aber genau so werde ich zur puren Erfrischung. Belebend und garantiert voller Genuss. Und hey, wenn du willst, stehe ich immer an deiner Seite. Und das jederzeit im passenden Look. Egal ob im nachhaltigen Getränkekarton für den großen Durst, praktisch und handlich für unterwegs oder ganz gechillt in deiner Lieblingsbar. Gemeinsam machen wir aus jedem Moment etwas Besonderes. Übrigens, ich hab nichts gegen etwas Gesellschaft und schmecke auch in Cocktails gemixt fantastisch. So oder so, alle die mich kennen, stehen auf mich. Du solltest mich, dem beliebtesten Eistee Deutschlands, auffrobieren. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020